Leila, wo sind wir hier? Das Paar Nummer 17. Und das Paar Nummer 9. Und was arbeitest du, Leila? Ich hab früher immer viel Sport gemacht. Und nicht mehr? Ja, grad nicht. Mein lieber Schimanski, sag komm, wir machen mal Partnertausch. Ihr werdet in den nächsten zwei Wochen das Geschenk erleben, ein anderer Mensch zu sein. Ich bin's, ich bin's, Leila. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so gut gefühlt. Ist doch klar, dass du ganz anders fühlst. Du bist der Mensch, der du bist, weil du den Körper hast, den du hast. Ich bin der Einzige, der das gefühlsmäßig schwer einordnen kann. Es ist von größter Wichtigkeit, dass jeder, jederzeit den Tausch abbrechen kann. Ich kann das nicht mehr. Das tut mir leid. Tristan! Du hast gesehen, dass es mir hier so gut ging wie lange nicht mehr. Bist du denn so unglücklich? Ich hab diesen Traum, dass ich, dass ich unter Wasser bin und, und dass ich keine Luft mehr kriege. Und man hat mir angeboten, seinen Körper zu nehmen. Warum bleibst du denn? Wer bist du denn überhaupt noch? Was sind wir? Leila, bitte. Ist es das, was du wirklich willst? Leila! Leila!